nein muss ich hin vier vier ist mir auch klar danke danke für nichts mehr geht hier aber auch nicht okay dann das was du all get the fact der ach so da ist jetzt sehe ich das erst dieser blöde nebel ja vernebelt mir ja komplett die sinne wohl dass man aus euch auch eier machen kann er nun wieder da waren dann nämlich auch noch nicht da war was gott david irgendwo muss es doch auch mal weitergehen wirklich jetzt jetzt sind wir ganz oben na alter was für eine kryptowelt bis später sind weg da geht was erstmal gucken was es ist aber da geht was warte mal bevor wir jetzt da weitermachen gucken jetzt erst noch was da oben drin ist okay und hier so nur eier verwirrend verwirrend da müssen wir uns zurecht finden x mäklig Ihr könnt mich mal, by the way, bitches. Beaches! Okay. Okay, ähm, da ist auch noch die Nummer 6, ey. Ach, was zum Fuck. Is all of that, ja, super. Hat sich das nicht gelohnt, hat. Aber gut, wir gucken uns hier erstmal alles an, dann schauen wir weiter. Dann schauen wir mal weiter. Man kann hier nicht nach oben spucken, sowieso nicht, weil wir das Teil ja eh nicht mehr im Mund haben. Das Teil nicht mehr im Mund. Ah, Alter, die letzten Welten gehen jetzt richtig ab. Das wird richtig feierlich, ich sehe schon. Blipp. Ah, das war da unten, da geht's nicht weiter. Dann gehen wir jetzt mal... No... Alter, was? Baby Shitface. Baby Shitface. Mioink. So, gucken wir mal, was da drin ist. Natürlich nix. Of course nothing. Okay, das war die vier. Ja, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch raus. Und dann... Jumpen wir mal nicht ganz so hoch, so. Haben wir den Scheiß nämlich auch eingesammelt. Super. Ja, komm, komm. Bisschen mehr, Alter, bisschen mehr. Zu viel. Ah, zu viel. Okay, und dann... Jetzt müssen wir mal gucken. Weil irgendwo muss ja hier noch... Was sein, da... Wo wir jetzt natürlich nicht mehr rauskommen. Na, super, ey. Daneben nicht. Okay, dann haben wir doch hier irgendwo noch eine Alternative. Sehr wahrscheinlich. Nein. Fünf, okay. Fucking! Da liegst du gut, ey. Guck dir die Scheiße an. Fuck you. All of you. Mep. Ich fasse es nicht. Jetzt burn. So muss das, Gott. Damn it. Müsst du hier oben nicht irgendwas sein? Nee. Na gut. Wow. Mich wundern, wenn ich hier was finde. Guck mal, da musst du hochschießen. Okay. 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 Dann lutsch mich am Sack. Bim. So sieht's aus. Alrighty then. Da ist ein Schlüssel. Aber how to get there? Jetzt sehen wir's wenigstens. Shitface. Ey, komm wieder runter, Shitface. Shitface, Baby. So, von hier. Ziemlich genau. Gerade nach oben. Dann sollte mal ein Schlüssel kommen. Pff. Billig. Problem ist, wir kommen jetzt nicht mehr hoch. Ohne den Spaß nochmal zu machen. Würde bedeuten, wir müssen nochmal nach der O-Böden. so scheiß. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens die Richtung vorgegeben. Bim. Komm her, Bernie. Burn thingy. Burn steen. Was weiter wegwichen kann? Genau. Yeah, yeah. Burn. 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 Und jetzt, mir egal. Wow. Da muss man erst mal durchsteigen, ne? Fuck. So, jetzt haben wir nämlich den Schlüssel und können da auch durch. Krypto scheißdreck immer noch. So ein Wichs. Maul. Bitch. Pff. Okay. Good. Und dann. Ab dafür. Komm, gib ihm. Nein. So. Good. Gut. Immer noch nicht. What the fuck? Fuck. Yeah, du machst das. Oh, doch. The end. Sweet. Fucking finally. Wow. Wow. Blase Welt. Glück. God damn it. Zwei Welten noch. Nice, nice. Auf, ab in die nächste. Hellsomania. Oh, Mann. Jeha, let's go. Ah, der hat sich wieder die Zehnchen ausgebissen. Opfer. Okay, und ab dafür. So, so, so. Fucking what. Ich hab schon wieder keine Eier mehr. Au. Ah, guck mal. Ich hab gebremst. Wow, okay, cool. Let's go. Oh, ach du Scheiße. Ach, okay. Zehnchen ausgebissen. Sweet. Ich glaub, das geht jetzt öfter so weiter, ne? Puh. Okay, hey. Awesome. Nee. Okay, Risiko. Gut, es explodiert erst, wenn man weiterjumpt. Oh, shit, der muss sitzen. Sonst sind wir tot. Are you serious? Woo, what the hell? Okay. Scheiße. Scheiße. Nicht cool. What? Da müssen wir die Sprünge schon besser planen inzwischen, ne? Because... He sucks. Alter, he sucks. Aber hart. Wow. Okay. What? Ah, nice. Bye. Boah. Echt jetzt? Oh, okay. Huh. War das für ein Sound? Alrighty then. Okay, das sieht doch sehr spaßig aus, alles. Nicht. Den kann ich euch mal nomnen. Okay. So white, so good. Nom. Okay, mehr. Nom. Alrighty then. Great. Und ab dafür. Whatever. Ah. Yep. Was zum... Ach so, ja. Okay, darüber. Come. Move, Joost. Move. Move it. I like to move it. Come on. All right. Und was auch immer. Ei. Woooow. Awesome. Oder so. Ah. Jo. Chill. Ab dafür. Hat der sich gerade selber in den Kopf geschossen, ey, ne? Hätte mich auch gewundert. Füt. Ja, ja. Du bist leer gelutscht. Wir haben es gerafft. Füt. Nom. Okay. Nicht, nicht cool. Oh, die sind auch nicht cool. Vorteil für mich. Hier ist Boden. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen was vorkauen. Vorlutschen. Na komm. Okay. Gut. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Die Mucke. Ist eigentlich schon Schlossmusik, ne? Theoretisch. MC Yoast. Aber da war Feuer. Das hab ich genau gesehen. Da müssen wir uns nicht mit anlegen mit dem Scheiß. Lieber nicht. Oh. Ich sagte lieber. Fuck. Lieber fuck. Ah, sweet. Ah. Alrighty then. Und er fährt wieder zurück. Super. I like it. Ich hätte gehofft, dass es hier weiter geht. Aber das ist nicht der Fall. Okay. Wir müssen hoch. Nach OB. Und da lang. Offensichtlich. Nice. Super. R Baby Mario. In the hood. Wie war's das schon? Was? War'n das für'n Scheiß? Da war'n wir voll für'n Arsch. Da hätt' ich ihn gebraucht. Laber net. ihr Catholics 2006.